Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie und vor allem auch wann du deinen ganzen Rasen hier mähen solltest, damit das Gras einfach optimal wachsen kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal solltest du darauf achten, dass dein Rasenmähermesser wirklich immer schön scharf ist. Hierfür werde ich auch noch ein extra Video machen, wie man das Ganze anstellt. Am besten einmal jährlich schärfen, das Ganze in der Winterpause, denn sonst wird das Gras einfach nur abgehackt und danach ist es ausgefranst und wächst einfach nicht so, wie es wachsen könnte. Das beste Rasenergebnis wirst du übrigens erhalten, wenn du einmal in der Woche deinen ganzen Rasen hier mäßt. Hat einfach den Sinn, dass Gras relativ schnell wächst, ungefähr 2,5 cm in der Woche und das Ganze muss dann natürlich wieder gekürzt werden. Auch hat die richtige Schnitthöhe einen großen Einflussfaktor darauf, wie schnell und vor allem auch wie gut dein Gras wächst. Hierfür am besten 4 cm einstellen, aber es ist vollkommen egal, ob du jetzt zum Beispiel bei mir hier auf 4,5 cm oder auch auf 3,5 cm fährst. Sollte halt nur ungefähr 4 cm sein. Außerdem ist es auch wichtig, dass dein Rasen auf keinen Fall nass sein sollte, wenn du diesen mähen möchtest. Wenn das Ganze hier nass ist, ist der Nachteil, dass das Gras relativ schwer ist und zusammengedrückt wird. Dadurch erhältst du kein sauberes Schnittergebnis und vor allem wird das Ganze auch nicht direkt in den Fangkorb hier hinten geleitet, da es einfach relativ stark verklumpt, was wir natürlich auch nicht haben möchten. Wenn man nun schon etwas länger nicht mehr gemäht hat, wie zum Beispiel nach dem Urlaub, dann sollte man das Ganze nicht direkt von hier oben auf 4 cm runterkürzen, denn dadurch würde der Trieb einfach kaputt gehen und das Gras würde sofort verbrennen in der Sonne. Deswegen hier einmal schauen, dass man etappenweise runtergeht, also zum Beispiel wenn man jetzt das Gras 8 cm lang hat, am Montag sollte man es auf 6 cm kürzen und dann am Donnerstag vielleicht auf die 4 cm wieder runter. Das tut dem Gras auf jeden Fall einiges besser, als es radikal wieder auf die 4 cm zu bringen. Bitte achte auch darauf, dass du den Rasenmäher beim Mähen jetzt nach vorne hier schiebst, so wie bei mir zum Beispiel, und dann einfach in der Kurve hier hinten eine Bahn weiter gehst. Das geht relativ leicht, hat auch den Vorteil, dass der Fangenkorb als der Schnittgut perfekt in den Fangenkorb hineingeht und das Problem wäre zum Beispiel, wenn ich ihn jetzt nach hinten ziehen würde, was ich auch früher immer öfters gemacht habe, würde ich einfach den ungemähten Rasen hier hinter mir zusammendrücken mit meinen Schuhen und dadurch würde dieser einfach nicht perfekt abgeschnitten werden. Zum Schluss noch der Hinweis, wenn du jetzt an einem Hang mähen möchtest, ich habe jetzt leider keinen Hang, deswegen einfach mal die Hand hier, auf keinen Fall von oben nach unten mähen. Hier wird das Gras einfach nicht gleichmäßig hoch abgeschnitten und es könnte sogar gefährlich für dich werden, wenn du zum Beispiel beim Hochfahren wieder ausrutscht und der Rasenmäher dann über dich drüber rollt oder halt auf dich rollt. Wäre nicht so toll, deswegen unbedingt immer quer zum Hangmähen und dadurch erhältst du auch ein zauberes Ergebnis. Ein guter Rasenmäher ist einfach Gold wert, denn wenn dieser schon relativ alt ist, dann macht das Ganze einfach keinen Spaß und das Gras wird auch darunter leiden. Wenn du dir jetzt einen neuen Rasenmäher zulegen möchtest, egal ob Benzin, Elektro, Akku oder vielleicht sogar ein Mähroboter, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität vom Markenherstellen zu einem relativ günstigen Bereich und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra ein Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also einen neuen Rasenmäher zulegen möchtest, einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir dieses Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du noch hier oben meinen Kanal abonnieren und somit kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, damit du meinen kostenlosen Energiesparrechner downloaden kannst, um zu Hause jährlich bis zu 500 Euro einzusparen.